Irgendwas läuft hier. Ein daneben. Eine Netzverschwendung. Ja, dieses Netz ist eh... Oh, hier zappel, zappel, zappel. Wo ist er denn? Da kommt er. Nein! Scheiße! Ja, er guckt mich grad noch so an. Aha. So. Was? Ja, der Server ist... Falsch. Der Server ist gut besucht, ne? Ist ein 40er. Kann sein, dass wir hier öfter sterben. Noch mehr? Ja, noch mehr. Geht doch gar nicht mehr. Doch. Geht mehr. Ich glaube, das ist so verwirrend, dass wir gar nicht mehr sterben. Dass hier gar keiner stirbt. Also alle verwirrt sind. Boah. Na toll. Hat gelatscht. Mist, ey. Da hat er... Oh, mich völlig weggemetzelt, ey. Nein, daneben. Ein Flieger versucht zu fliegen. Kann aber nicht fliegen. Hola. Oh, lol. Scheiße. Geht doch. Toll. Keiner hilft mir. Och, Katze, geh weg. Nervt deine Katze dich auch? Ja. Irgendwie ist grad so ein Moment dafür, dass die... Kill assist, jo. Dass die Katzen nerven, irgendwie. Halt, weil wir gegen, äh, Dinos spielen. Jaja, genau. Mögen das nicht. Die mögen es nicht, dass wir gegen Tiere spielen. Die Tiere. Ähm. Was mich jetzt... Ja, es leckt ein wenig. Also sorry, wenn es ein bisschen rucklig aussehen sollte. Das ist gewollt. Das ist gewollt. Vom Spiel. Scheiße. Ähm. Wir haben leider nur vier Servers zur Auswahl. Davon laufen drei Server die gleiche Map. Und das schon die ganze Zeit in der Rotation. Und ein Server mit einem Map, den wir gern spielen würden. Aber kein Spieler drauf ist. Wir können ja zu zweit mal drauf gehen. Und uns, äh, wenigstens die Map mal angucken. Oder euch zeigen. Aber das macht ja auch keinen Spaß. Wir wollen ja hier ermetzeln und so. Aber wir sind eigentlich ehrlich gesagt ganz froh darüber, Ruhe Katze, dass, äh, generell jetzt, ähm, Server aufgetaucht sind. Oh. Mit dem man auch was machen kann, ne? Die nicht so leckig sind. Oh. Was, was, was? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Da. Katze geschnappt. Hä? Wieso gibt's hier Katze? Wir sehen ja nur Dinos. Ja, aber wir hier. Ich hab mir grad die Katze geschnappt. Den den Popo versohlen. Versohlen? Hm. Ich glaub das ist falsch. Und, äh, äh, sie ruhig gestellt. Ja, guck nicht so. Guck nicht so, du blöder. Flieger. Oh, Dino. T-Rex. Oder T-Rex. Oh. Komm her, hier weg von der Tür dahin. Oh nein. Oh, die Katze lädt nicht ab. Ich... Oh nein. So. Jetzt nehmen wir auch mal einen anderen Spieler. Warum nehm ich jetzt eigentlich den mit den... Ah, naja. Alter, willst du mich verarschen, du blödes Pissvieh? Hier aufladen. Jedes Mal spritzt er mich voll. Ja. Mr. T. Achso, ich bin da blöd. Ich benutze die ganze Zeit, äh, die Pistole, nur die eine Pistole. Ja, du kannst es mit beiden Mausten. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich hab das irgendwie... Verpeilt, ja, ja. Ja. Wie ist denn die denn drauf? Ich seh ja gar nix. Da, ein T-Rex. Jaaa. Jaaa. Ja, ein T-Rex kommt hier. Ah, toll. Oh, ist der Dicke? Da ist der Dicke. Den hab ich doch schon angeschossen. Hahaha. Wollt er grad sich... Satt essen. Da hab ich ihn oben genatzt. So ne leckte er doch gar nicht. Ne, es geht. Oh, du Arsch! Ich find es schon ein bisschen leck, wie er gesagt. Ja, äh, darf's nicht laufen. Hahaha. Der ist gut, Schülg. Oh, ja, toll. Räääääääääks! Oh! Ja! Sechs zu acht Kills, YAY! Ich bin Loot! Wir können Dino spielen auf diesem Massen-Server. Los! Change Team, du! Oh, Katze! Ohne Scheiß. Die Folge nenne ich auch wirklich irgendwas mit Katze. Katzen-Nerv-Katz. Hier, Dino-Raptor-Raptor. YAY! Ich hab den T-Rex! Den ich wahrscheinlich eh nicht bedienen kann. Er ist tot. Ja, wahrscheinlich. Wie immer. Oh, Katze! Mein erster Kill! Ich bin der erste! Yay! Da, jetzt suche ich hier irgendwo... Da! Aha, mein Kill! Da haben sie sich drum gestritten. Ich hab ihn gekriegt. Haha, ich hab einen überlatscht. Ich hab einen überlatscht. Das ist ja wohl nicht so schwer, glaub ich. Ja, ich hab das letzte Mal nicht hingekriegt. Oh, die haben die Map gechanged hier. Hier war vorher irgendwo... Doch, ne Sackgasse. Ja, hier, wo bist du? Bist du bei mir in der Nähe zufällig? Auf dem Schiff. Da bist du gut. Oh. Haha, ich hab ihn noch. Ich wollte ihn eigentlich die ganze Zeit fressen, aber hatte ihn irgendwie nicht erwischt. Du hast einen schönen Leck. Ich krieg das hier nicht gebacken irgendwie. Ah! Voll daneben! Oh, ey, dieser... der... der... Oh. Oh, voll... ...geleckt. Ja, ja, was willst du mit dem Netz, du Arsch? So. Eigentlich nur ein reines Massaker eigentlich, oder? Ja, ja. Einmal gestorben. Ich bin noch nicht gestorben mit dem Tee, ne. Also... Noch nicht. Auch noch nicht. Bist du mit dem Tee unterwegs oder was? Ne. Ja, das mit dem Fressi-Fressi machen mit denen ist ein bisschen schwierig, finde ich. Muss genau richtig sein. Hallo. Hallo. Wuuu. Ja, ich geh ein bisschen lahmarschig. Ich guck halt, ich... Ja, wenn ich hier sprich oder so... Ich bin auch lahmarschig. Ja... Wie... wie schleicht man? Ja, äh... Strange. Oh ja, pscht. Leise. Ja, ja. Pscht. Raptor. Äh, Quatsch. Äh, T-Rex. Leise. Warte, ich werde hinter mir angeschossen. Was? Weniger. Ja. Ich muss mal kurz ein bisschen ausweichen. Ich hab hier gerade einen gefressen. Am Fressen glaube ich. Ein ist Massaker. Hier sind mehr Dinos als Menschen. Guckt mir so vor. Ähm, ne. Es ist ausgeglichen. Aber es kann sein, dass ein, zwei Leute irgendwie... Da ist... Da läuft einer. Oh, da ist die Horde. Oh, die laufen alle zusammen. Das ist blöd. Ah, da stehen alle am Dock. Da musst du mit dem T-Rex hinlaufen. Nom, nom, nom. Ja, ich muss vorher irgendwo mal ein, ähm, Dings haben hier. Oh ja, hab ich. Ich hab nur noch Hälfte Leben circa. Wo ist hier irgendwo ein... Fressi? Schau mal vor. Ich hab was Fressi-mäßig gerade gehabt, aber... Wo, wo läufst du vor? Wo bist du? Ey, ich bin hinter dir. Ja, dann lauf mal vor. Ich glaub, da hinten war eins. Ich brauche einen Kadaver. Ich bin noch... Ach, da hinten sind die. Ich seh sie alle. Aber wenn ich da reinlaufe mit dem T-Rex, bin ich auch tot. Ah, hier direkt. Oben. Beim Kran. Ja, da wo sie alle sind, ne? Ja, fast. Hat sie dann nur noch hinter verschanzen. Ja, ja. Nicht mit dem T-Rex. Ich komm mir grad nicht um die Ecke. So, hier. Ja. Beißt man südlich rein. Kommt noch keiner. Ja, die haben mich auf jeden Fall schon gesehen. Da kommt einer. Ja. Ja, da ist er einmal drauf. Okay. War jemand anders. So, komm. Oh. 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 Wieder zurück. Da steht ein ganzer Haufen. Da musst du mit Speed rein rein. Ja, ja. Ich muss hier... Hast du da diverse Probleme, glaub ich, durchzulaufen. T-Rex hast du da... Ja, down. Kackt. Bin Sekunden down. Binnen Sekunden down. Gleich wie auf T-Rex. Jo. Ja, das Problem ist mit den T-Rex, dass man... Oh. Tänken, der T. Der hält eine Menge aus. Aber so viele Leute, das geht gar nicht. Und ich nehme auch gleich wieder den T, weil... Ähm... Der ist auf dem Server limitiert. In dem Fall sogar drei habe ich gesehen, ne? Da hinten läuft einer. Kann sein. Kann... Kann nur zwei sein. Kann auch nur zwei sein. Kann auch nur zwei sein. Und wenn man T ist, sollte man auch gleich wieder auf T gehen, wenn man da bleiben möchte, logischerweise. Hier. Na. Ja, ja. Ich muss hier mal ganz schnell weg und so, weil ich jetzt nur noch halbes Leben... Ah. Oh, je. Räumt man da ein bisschen auf, Leute. Ich will da durch. Ich trau mich da nicht rein, das sind zu viele. Hier ist schon ein bisschen... Ich will ja nicht sterben. Sterben. Huch. Ey, du blöder Kran, ey. Ich bin ein... 50.000 Tonnen schwerer T-Rex. Mach Platz, du... Kran, du. 50.000. Oh, verdammt. Nein, Alter. Mann. Ah, ich hab mindestens einen hab ich mitgenommen. Ist doch kein Verlustgeschäft. Nein. Ist jetzt... War ja noch Flugzaurier. Jetzt hol ich sie mir da alle weg. Ich kann kein Team mehr auswählen. Na gut, dann... Ja, ich mach Raubflugi. Wohl das ziemlich bescheuert ist bestimmt. Wahrscheinlich. Aber naja. Oh. Okay. Dinos können auch nicht schwimmen. Das ist mein Ding, ey. Oh ja, das ist gut. Also spritz die mal voll und ich spring da mit den Halbgroßen rein. Ist das ne Idee? Gucken wir mal wie weit ich komme mit meinem Spritzer. Ja, das klingt bescheuert. Nein. Nicht wirklich. Oh, oh, oh. Ich bin schon wieder gefangen. Wow, 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 wow. Ich kann nichts machen. Entschuldigung. Was? Wow, wow? Ja, wow. Ich hab grad nicht gar nichts... Ich hab irgendwie da voll gehangen und die haben mich voll ge... Oh ja, ist klar. Eieiei. So viele Leute. Oh ja, klar. Ja. Ja, irgendwie ist der hier. Ja, ich nehme den Philipp. Ja, haha. Rumble, yeah. Wuhu. Ja. Oh scheiße. Kill assist. Und ein Kill mitgebracht. Einer weniger. Wir müssen sie da überrennen. Oh, toll. Noch nicht weniger. Toll. Hat nur gelebt. Penner. Wie auch immer. Vielleicht bin ich weggegangen von ihm. Mein Fehler. Mist. Mist. Jetzt ist er tot. Mist. Oh, ich hant den Tee aus wegen wieder. Yeah, baby. Alter, die verschanzen sich hier richtig. Naja, das ist die beste Taktik der Menschen. Gemeinsam sind sie stark. Oh. Und der Tee kann durch den Baum nicht durchlaufen. Oh, ich laufe hier voll falsch. Ah nein, da kam noch einer. Verdammt. Ich darf da nicht frontal drauf zulaufen. Jetzt bin ich ein Tee. Alle gleich, die hinzüllen, dass es dich seinen Tee sind ist. Ja. Es ist alles. Es gibt mir viel Leben 67,er burden, aber nehmen wir gehe.